Ja moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Darks ironischen Korsstudio und heute soll es nochmal um das Thema Quark gehen. Ja, wird langsam langweilig, aber es wird erstmal das letzte Video zum Quark sein, weil ich habe nämlich noch einen guten Tipp bekommen. Da komme ich gleich auf euch zurück. Diesmal auch ein bisschen anders in der Zusammensetzung. Es ist oft gedauert, Erdbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren und Kirchenmix und noch irgendwelches anderes gedönst. Ne, ist das Zeug, Johannesbeeren sind hier auch noch drin. Mein Fruchtmix noch besorgt gestern. Ja, ich habe den Tipp bekommen, den Quark in Schuss Milch reinzubekommen. Das ist aber blöde, aber habe ich keine Waffe da für den Schuss und B würde man damit die Schüssel kaputt machen. Ja, dann nehmen wir einen Schluck Milch, das müsste dann auch gehen. So, und dann den Quark rein. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am blödsten anstelle, weil letztens hat man ja gesehen, dass das hier nicht so prickelnd war. Diesmal geht es ganz gut. Ich kriege da noch ein bisschen Besuch und dann muss ich mich ein bisschen ranhalten. Weil ich die Aufdauphase hierher auf herkömmliche Art und Weise hat leider etwas länger gedauert, weil ich zu spät das alles rausgenommen habe. Deswegen ist das ein bisschen das Kritische mit der Zeit, aber das kriegt man auf der Reihe. Das ist ja zum Glück nicht viel. So, jetzt muss ich mal gucken, jetzt habe ich den ganzen Schmäh am Finger hin. Das war natürlich wieder eine Glanzleistung von mir, aber wie gesagt, Fails wäre mitgefilmt. Ihr kennt mich, ja. So, ja, das Ganze könnte man natürlich wie immer in den Mixer zum manchen, also in den automatischen zum manchen, habe ich aber nicht. Wir machen das Ganze manuell. Sprich, manuell heißt ja händisch, ne? Deswegen ist eine Manufaktur in der Fabrik, die händisch herstellt. So, jetzt tun wir das Ganze wieder von manchen her. Ich weiß, manche mögen ganze Fruchtstücken, ich ja. Ihr könnt das ja wie gesagt halten, wie ihr wollt. Manche tun noch ein bisschen Zucker dran, ich aber nicht, weil ich bin dafür, dass der Zucker hier in den Früchten eigentlich ausreicht, weil die werden dann meistens immer mal gezuckert, denke ich zumindest, also normal, wenn man das macht. So, jetzt rühren wir das Ganze mal um. Ja, das ist jetzt gut durch, natürlich wieder ein bisschen flüssiger geworden, durch die ganze Sache mit dem Auftau, mit dem Wassergehalt, da drin ist. So. In welcher Richtung man rührt, ist völlig wurscht, in dem Quark, in dem Fall Quarkzirmen, ja. Ich würde sagen, mehr gibt es da auch schon bald nicht zu sagen. Aber ich muss das noch ein bisschen verrühren, dann nochmal in den Kühlschrank stellen. Ich hoffe, dass das dann schon wieder fest ist, wenn mein Besuch kommt. Erscheint in dem Fall. Nicht, dass es wieder komische Gedanken gibt von manchen. Ich kenne euch doch. So. Aber das sieht ganz gut aus, ja. Das nehme ich mir aber am Früchen Löffel, weil den habe ich ja schon benutzt gerade. Das macht jeder Gute Koch. Ja, das ist cremischer, stimmt. Mit dem Schlussmilch machen wir mal noch einen kleinen Schluck Milch rein. Ja, vielleicht ein bisschen viel. Und das wird wirklich cremischer. Das ist dann wie Eisbald. Schmeckt das dann mit den Früchten. Ein bisschen helles gelb. Wenn ich jetzt doch eine Quarkbackung hereinmatsche, das bringt nicht viel. Da verliert er wieder eine Farbe. Und als ich jetzt andere Früchte aufgetaucht habe, das dauert zu lange. Ja, jetzt kommt das Ganze noch mal schön verrührt in den Kühlschrank. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Das heißt, dass es damit gewesen sein. Ja, lasst mal bitte ein Abo da, wenn euch der Quatsch hier gefällt, wenn ich mache. Ja, dann noch mal an dieser Stelle Danke an alle Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.